so und damit herzlich willkommen in der nächsten folge wir spielen jetzt hier san gohan piccolo will san gohan trainieren für die saiyajins und wir müssen jetzt erst mal zu futtern finden haben wir denn hier kraut san gohan möchte auch nicht springen nicht rennen er schmollt lieber und geht hier langsam durch die welt oh shit ein dinosaur so Ja, da kommen wieder seine verborgenen Kräfte zum Spielen. Ja, das wär's ja, wenn er jetzt schon tot wäre. Natürlich müssen wir uns um sie kümmern. Siege alle Gegner in der Umgebung. Ähm. Community Board, Seelenabzeichen. Oder doch Community Board. Wir haben... ... ihn hier. Kochen. Erwachsene. Wenn wir erstmal ihn hier... ... in Verbindung setzen, oder was? Und ihn hier. Wobei die Verbindung zwischen... ... ihm und ihm... ... wird doch stärker sein, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ähm... ... Charaktere... ... Piccolo... ... Super Angriffsdings... ... freischalten hier. So, das hier oben haben wir noch enorme Kraft. Nicht. Ansonsten haben wir erstmal alles... ... was wir hätten freischalten können. Super Angriffswahl. So. Wissen. Einmal enorme Kraft halt. Ja. Da haben wir alles. Ja. Wo sind denn die? Da unten. Hey, Arschgeigen. Ah. Muss ich da wieder hin? Ja. Ja. Bestes. Angriffsgesagt. Das war's für heute. So, so schwer sind sie ja nicht. Trash like this is a waste of my time. So, so schwer sind sie ja nicht. So, so schwer sind sie ja nicht. So, so schwer sind sie ja nicht. Du stirbst doch so oder so, Kollege. Die kleinen Scheißer, was wollen die denn? Drei gegen einen hier. So, haben wir da hinten noch die. So, so schwer sind sie ja nicht. 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 So schwer sind sie doch nicht. So schwer sind sie ja nicht. ein paar apples dann sammeln wir ein paar appels oder hier steuerung muss erst mal klarkommen hier wie apples da unreife apple brauchen wir nur die unreifen nicht die reifen apple apple apples Oh-oh. Oh oh, nicht gut. What's going on? How did the brat transform into this thing? Tick tock. Tick tock. Didn't kids out of his mind. No use trying to reason with them at this point. That was unbelievable. My attacks aren't doing anything. That's enough, you little brat. Try this. Oh shit. Sanguan is wütend. Oh no. What in the hell's going on? He's berserk. There won't be any earth to protect if this keeps up. We Saiyans release our true power whenever there's a full moon. Even chumps like you should know that. That's right, the full moon. Peng. Das war mein Moon. Mond. Yes, that's the time. That's the time. The moon was a moon. Das war's. Das hoffen wir alle. Einige Monate vergehen. Schauen wir mal, was ein Gorn geschafft hat. Ich werde später später sein, wenn ich nur Früchte siehe. Ich könnte wirklich ein bisschen Fleisch essen. Tja, ist wohl einfach kein Veganer. Du kannst momentan nicht fliegen, na super. Oh, bin dann wieder hier. Mahlzeit essen. Mh, lecker, lecker, lecker. Ausruhen? So. Jetzt können wir mit ihm sprechen. Yachirobi. Ähm, Entschuldigung. Was? Was? Huh? Ja. Je mehr ich dir, je mehr du bist, je mehr du bist wie Goku, als er ein Kind war. Du bist definitiv related. Warte mal. Du bist... Du bist sein Kind oder was? Ja. Mein Name ist Gohan. Cool. Ich bin Yajirobi. Du bist ja, ich und Goku sind richtig fest. Wir gehen viel zurück. Oh. Äh. Man, muss es ziemlich schwer sein, huh? Having Piccolo in deinem Back wie so. Ich weiß das Gefühl. Bulma wird nicht von mir weg. Sie hat immer weitergehen, wie du bist und brauchst du Hilfe. Oder was. Tja, gut für uns beide, oder? Ja, ich weiß, dass du ein Problem hast, oder? Ja! Nun, das Fleisch hier ist mir, also ich kann es nur sagen. Insofern, ich zeige dir, wie zu holen. Oh, das ist das, was du gesagt hast, bei Hilfe? Ja, ja. Schau, Junge, wenn ich dich in und dich zurücknehmen, Piccolo wird mich verletzt. Also, insofern, äh, ja. Ich werde dich in einen Master-Huntsman machen. Das ist, wie du es machst. Alles klar, dann, lass uns einen Wurrl geben. Nur folgst meine Lied und du wirst kein Pro in keinem Zeitpunkt sein. Schau, Kau. Du kannst ein paar Dier, neben den Trennen, mit Frucht auf dem. Herr Yajirobe sagte, ich sollte die Dier von drühen, wenn ich sie holen möchte. Hier geht's! Oh! They run away if they see me! I need to sneak up on them from behind, so you don't see me coming! Aber wie sollen wir die Rehe zerlegen? Ah so! Mit B. Okay. Die sind doch eh schneller als die. Zack! Ich habe sie alle! Ich bin der Jäger! Ich bin der Jäger! Ich bin der Jäger! Wieso kann Sanguan noch nicht fliegen, Frisch? Ja? Das sollte ich machen. Da. Du solltest jetzt gut sein. Ich bin der Jäger. Ja. Ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger. Warte. Du bist weg? Ja. Du hast, ich bin der Jäger unter Kami. Wenn ich nicht zurückkehren, der Grün ist, der Jäger wird die Kaufer aufbauen. Ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger. Oh, okay. Boom! Take it easy, Squirt! Der Jäger ist wirklich etwas. Ich bin sicher, dass ich etwas zu essen finde, aber... Ich wünsche wirklich, dass ich nach Hause gehe. Wir werden ja eh schon alle eingesetzt, oder? Wollen wir erst mal mehr Medaillen? Ja, hier sind einige Monate vergangen. Da fällt Piccolo beim Training etwas seltsames auf. Okay, was fällt denn Piccolo auf? Was die... Keine Weise sind die Saiyans noch hier. Aber ich fühle mich unglaubliche Kraft. Du musst es schauen. Incredible Power. Mhm. Goku kann nicht wieder zurückkommen. Es gibt keine Signale, dass die Dragon Balls noch benutzt wurden. Hm. Geh mal kurz hier runter. Kaufe. Ach, guck mal. Vita-Drunk. Wie viel Money haben wir? Kaufen wir alle drei? Kaufen wir alle drei? Kaufen. Kaufen. Ah, nee. Kaufen wir alle drei? Was hat er für uns? Weiß mich Krabbe. Weiß mich Krabbe. Aber wir haben eh kein Geld gerade. Weiß mich Krabbe. Das ist ein Geld! Ich weiß nicht, wer oder was es ist. Aber wenn es ein Gefahr ist, dann werde ich es weg. Ritter. Na wo denn? Nicht blind? Da vorne. Aha. Wen haben wir denn hier? Piccolo. Ten, Shinhan und Shouzu. Die, die ich in der Nähe. Wie bist du? Wir haben eine Worte wie du. Du hast recht viel zu sein. Du bist nicht für einen Moment. Ich habe mich für einen Moment zu vertrauen. Ich bin mir, du bist der Gegend. Ich werde dich jetzt hier und jetzt. Was? Du denkst, dass du tatsächlich eine Chance gegen mich bekommst? Ich bin. Oh Gott, Tenshinhan. Er ist dabei. Er ist dabei, nicht wahr? Das stimmt. Ich war nicht gut genug, um ihn zu schützen. Was ist passiert? Come on! Try and fight me using my true power! Special Beam Kada! Not bad, Piccolo. You have your moments, but is this all you've got? I'm not finished yet! Yeah! Yeah. Ha! Yeah! Ha! Ha! Come on, Rey! Ha! 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 So, Maui. Ein Ende hier. Mit uns, Bruder, sich nicht anlegen. Du bist besser, als ich dachte. At least, du kannst die Basis-Keyblasts fangen. Ich glaube, das Training von deinem war nicht ein Waste von Zeit. Du scum. Wie schreitst du! Du kannst jetzt die Oberhandel haben, aber nicht lange. Ich werde dich in der Zeit verraten. Ich würde dich versuchen. Ähm, Community-Ort. Attention, Hun. Würde ich sagen, setzen wir hier rein, oder? So. Was hat Chou-Zu hier? Wir gucken mal kurz rein. Ep, Medaille, Bronze, Kompass, Megamasse. Äh, helfen wir ihm, oder helfen wir ihm nicht? Wir helfen Chou-Zu. Telekinese-Training. Let's go! Hey! Ja! Das war wohl nicht Chou-Zu, ne? Hey! Das war wohl nicht Chou-Zu, ne? Ja, anscheinend hilft sie ja nicht, wenn sie gegen Piccolo nicht hilft. Hm. 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 Na sicher, zwei gegen ein. Hm. Hm, okay. Da ist er natürlich bei. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Na? War's das jetzt, oder? Oh, shit. Okay, da bin ich in den Reihen. Ich kann uns erst um Tension Hank kümmern und danach um Showsu, würde ich sagen. Ich dachte, du wolltest Showsu helfen. War wohl nichts. So, reicht. Nicht gegen Piccolo hier, ihr kleines Schweinchen. War ja zu erwarten. War ja zu erwarten, oder? Gut. wenigstens haben wir ihm geholfen und jetzt haben wir die schausurmedaille dann können wir die auch mal kurz reinsetzen ins board dann würde ich sagen setzen wir die halt hier rein oder sind die nicht in verbindung ich glaube die sind nicht in verbindung dann müssen wir die so setzen damit die in verbindung kommen oder machen wir das so spielt keine rolle ok ja gut dann würde ich sagen werden wir in der nächsten folge mal die umgebung weiter abchecken und schauen was hier so abgeht dann sage ich vielen dank fürs reinschauen und bis zur nächsten folge